Hallo und Herzlich Willkommen! Hier haben wir wieder Euna Myrdine mit Assassin's Creed Synagate. Ja, es geht weiter hier ganz ohne Cuttern ohne Schnitt. In einer recht epischen, sehr epischen London. Es regnet, so wie es sein muss. Wir haben einen Gegner, und wir sind ein Spider-Man oder ein Spider-Woman. Wir müssen dahinten hin, 138 Meter Luftlinie. Wir sollen Gegner mit hängenden Fässern töten. Gegner mit hängenden Fässern? Wo sind denn hängende Fässer? Ja. Na gut, ich soll aber in den Tod springen. Aber ich möchte nicht in den Tod springen. Na gut. Weil ich will den Teufel, wenn du ihn siehst. Sie verschwindet! Boah! Na ja, elegant fand ich das jetzt gar nicht. Aber ist sie so elegant da reingestürzt? Um dann nichts daraus zu machen. Du wirst das Gegner mit hängenden Fässern töten. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine hängenden Fässer. Dann nennt sich meine Fässer hängende Fässer. Nein, das kann nicht sein. Ich bin mehr so großartig. Ich bin mehr so großartig. Ich bin mehr so großartig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Soll. Das ist ein Krach, die hören uns noch. Das ist ein Krach. Das ist ein Krach. Das ist ein Krach. Das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Und jetzt bin ich weg. Was hast du denn jetzt mit den Fässern? Das ist ein Krach. Das ist ein Krach. Was ist denn los? Wie soll ich denn da fünf... Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Das sind nämlich keine Messer mehr. Wo ist nur Brewsters Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Wie soll das denn? Wie soll das denn? Wie soll das denn sein? Wie soll das denn sein? Wie soll das denn? Was war das? Warte, warte! Angriff! Yeah! Awesome! So, hier ein Wurfmesser, der dabei kommt. Das ist natürlich... Wie leg ich den denn jetzt hin? Das ist ein Wurfmesser, der dabei kommt. Das ist ein Wurfmesser. Das ist ein Wurfmesser. Bäm! Das ist ein Wurfmesser. Danke. Äh, und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkelzeit in petto. Prima. Du bist mir so ein Clown. Okay. Die Leichen weg. Hast du die Leichen mitgenommen? Was auch gefällt? Ohne Kapuze, mich sieht jeder. Eine hübsche Prinzessin und... Ich habe eine saubere Kapuze, die macht mich blind. Nicht blind, sondern hier. Das ist, wie ich meine. Ich habe eine saubere Kapuze, die wir machen. Das war's für heute. Das war wahrscheinlich auch vorhin das Problem. Aber ich glaube nicht, dass das besser wird, wenn ich hier so oben bin. Nein. Todessprung. Todessprung. What the fuck? Oh, da ist einer. Was blockiere ich? I. Ein schönes Versteck muss ich sagen. Los Spider-Woman, hoch mit dir. Oh. 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 Da glänzt eine Kiste. Hey, lass die Ratten in Ruhe. Sie haben genauso ein Recht hier zu sein wie du. Guck mal nicht um dein Kram. Ich geb sie einer Katze. Oh, ne kleine Ratten. Treib auf mir jetzt noch eine Rauchbombe. Nice. Du da, bleib wachsam. Pass bloß auf den Schlüssel auf. Ja, schon. Was für ein Trottel. Gelegt eins. Was ist wohl da unten im Labor? Nur ein kleiner Blick. Besser nicht. Komm runter oder ich schieße! Hab ihn. Hörf und Onkel, der hinten wiederkommt. Haltet sie! Es hier los. Besser nicht. Besser nicht. Was machst du denn? Was rutscht runter? Egal, da lass man jetzt liegen. Was machst du denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo ZDF, 2020 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 ZDF, 2020